ORF Burgenland Podcast. Mahlzeit Burgenland. Sein Österreich-Bild ist am Sonntag zu sehen. Robert Stieblow ist bei uns zu Gast. Das Österreich-Bild möchte ich natürlich noch ausführlich sprechen. Robert, jetzt denke ich mir, wenn du bei einer Tür reinkommst, Menschen kennenlernst, bist du ein Mensch, der so in seinem Beruf ist, dass er sofort überlegt, wo er, wenn er wohin kommt, das Licht aufstellen könnte, damit er filmen kann? Ja, das ist schon so. Mein Interesse ist aber etwas weniger, wo steht das Licht. Schon auch gibt es diese Gedanken, aber das größere Interesse ist, wer ist in diesem Raum und was ist seine Rolle in meiner Produktion. Also ich bin eher fixiert auf den Inhalt und auf Regie. Die Technik ist für mich Mittel zum Zweck und da gibt es ja auch Kollegen, die das für besser heraus haben, wo man Licht hinstellt. Hast du schon als Kind mit der Kamera hantiert und herumgefilmt? Ja, tatsächlich. Mein Großvater hatte eine Schmalfilmkamera, die musste man noch aufziehen. Also man kann schon ableiten, dass ich nicht mehr der Neueste bin. Da musste man aufziehen und dann konnte man, keine Ahnung, eine Minute filmen und man konnte mal wieder aufziehen und wieder filmen. Und dieser Normal-8-Film wurde dann eingeschickt und kam zurück und da konnte man sehen, wie die Großeltern herumgehen. Das war dein erster Film, Großelternfilmen? Da fehlt mir jetzt die Erinnerung, aber es werden wohl die Großeltern gewesen sein. Ja, man konnte das auch so einlegen, dass man ungewollt schon die Doppelbelichtung vorweggenommen hat und der ganze Film zweimal belichtet. Was ist dann rausgekommen? Naja, einmal die Großeltern halt in ihrem ersten Bezirk spazieren und dann nochmal drüber gefilmt, ein Ausflug der Großeltern irgendwo am Dachstein und das hast du überlagert. Ich habe also den Kunstfilm eigentlich im Vorschulalter schon per Zufall beeinflusst. Das sind ja auch, das fällt mir jetzt ein, hat mit überhaupt nichts zu tun. Da gibt es ja diese Geisterfotos, wo man angeblich sagt, Ah, da ist ein Geisterfotos, das ist dann wahrscheinlich so doppelbelicht. Das sind die Geister, die ich rief. Hast du jemals mit Geistern zu tun gehabt, beruflich? Geisterjäger, Spukgeschichten? Ich habe tatsächlich eine Geschichte gemacht in Los Angeles über das Zauberschloss und da geistert es drin und da habe ich es geistern lassen. Lassen, okay. Ja, ja, ein bisschen mit Technik und sehr viel hat die, übrigens eine Alt-Ehren-Burgenländerin, die jetzt leider gestorben ist, Irene Lassen, die nach dem Krieg nach Amerika ging und den berühmten Herrn Lassen geheiratet hat und das Magic Castle aufgezogen hat. War eine schöne Lebengeschichte. Und dort geistert es. Ein Maturant baut Kräne, eine Schneiderin erfindet einen magischen Vorhang. Ein Pensionist mit verletztem Finger erfindet einen elektrischen Nusknacker. Diese Geschichten haben ihn interessiert. Er hat ein Österreich-Bild daraus gemacht. Robert Stieblow ist bei uns zu Gast. Zu sehen am Sonntag im ORF. Was sind das für Geschichten? Robert, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Das ist die gute Frage. Ich habe fast noch nie im Burgenland gedreht und bin eingeladen worden, Vorschläge für ein Österreich-Bild zu machen. Und wie immer haben mich die Menschen interessiert. Und ich habe mal so zwei Tage gelesen, die Lokalpresse und herumtelefoniert. Und der Gedanke Erfinder, Erfinder irgendwie hat sich manifestiert. Und dann gibt es eine Erfindervereinigung, wo es einen rührigen Präsidenten gibt, der Gott sei Dank auch sehr auskunftfreudig ist. Ist das der Herr Düsentrieb? Das ist ein Ort Düsentrieb, ja. Das ist der Herr Düsentrieb, der seine Erfinderkollegen auch, soll man sagen, kategorisiert, das freundlich auszudrücken in Gute, die es sich lohnt anzurufen. Und dann kommt man halt schnell. Und ich darf das sagen, weil die Erfinder, die am Sonntag zu sehen sind, das natürlich augenzwinkernd auch sagen, Spinner, Erfinder und Spinner sind miteinander verwandelt. Natürlich positive Spinner, denn sie sind ja neben der Schiene. Sie müssen ja denken, es gibt einen Nussknacker, ich erfinde noch einen Nussknacker. Auf die Idee muss man ja kommen. Und mit der Frage muss man rechnen, wer braucht es? Wer braucht es? Und das ist der Archetyp, der Herr Horvath, den Sie hoffentlich am Sonntag sehen werden. Und ich glaube, er hat auch ein bisschen Spaß daran, dass er belächelt wurde und jetzt halt Diplome hat und Auszeichnungen hat. Wie sehr neben der Spur bist denn du? Das, mein Gott, wie neben bin ich der Spur? Das ist ja eine Frage. Du bist ja auch, du erfindest ja auch aus dem Nichts mehr oder weniger Geschichten und erzählst sie. Oder du hast nichts und dann suchst du und findest was. Das ist ja auch nicht normal. Nein, ich bin auch nicht normal. Ich habe die Idee über Nacht eher unbegründet. Ich kann nicht sagen, woher kommt die Idee, sich an Erfinder zu machen. Diese Idee ist plötzlich da und dann suche ich Erfinder und die fünf Ungewöhnlichsten sind es dann geworden. Es gäbe sicher noch mehr. Vorhang, Kran und Nussknacker, pfiffige Erfinder zu sehen in einem Österreich-Bild. Am Sonntag, 18.30 Uhr, ORF 2, schon jetzt bei uns der Erfinder, diese Erfinder-Geschichten, Robert Stiebelow. Du bist an und für sich, du kommst, naja, du hast Jus studiert, sagen wir es so. Ja, lang ist es her. Und, und, warum? Ich meine, wenn du schon so gemerkt hast, Filmen ist so deins, war es der Wunsch der Eltern, dass du etwas Anständiges lernst? Weniger. Es war, wenn man jetzt das in Ernst beantworten will, eine Verlegenheitsgeschichte. So die halbe Klasse oder drei Viertel meiner Klasse hat halt auf der WU Wirtschaft und Jus begonnen. Nach dem Motto, das ist gemütlich, das ist eine neue Universität, das gibt es lokale rundherum und wir schauen mal und Jus ist nicht schlecht und es ist nicht schwer, hat man gedacht. Und woran hast du dann bemerkt, dass etwas anderes wichtig ist? Es kamen dann so viele Jobs relativ schnell in mein Leben und ich habe natürlich den Ausgang der Matura auch sehr ausgiebig gefeiert. Also ich war sicher jemand, der dieses Ereignis jahrelang gesteilt hat. Du hast dir Zeit gelassen. Ja, das muss ich zugeben. Das war 1980, so wie es hast du mir gehört. Ja, das war 1980 und das war natürlich eine andere Zeit. Es war in Wien jeden Tag Party und es war eine gewisse Klick, die jeden Tag ausgegangen ist. War es damals so, dass man gewusst hat, wenn man studiert und irgendwas fertig macht, hat man irgendwo einen Job? Hat man einen Job und es war dieser Gedanke nicht so präsent. Also man war nicht so, oder ich sage mal jetzt, meine Kumpels und ich, meine Generation, man hat nicht so an den Job gedacht. Also ein Praktikum irgendwo, das hat es eigentlich überhaupt nicht gegeben. Entweder hat es einen Job gegeben, wo man arbeitet und ein Geld verdient oder halt nichts, wenn man sich irgendwie durchgewurscht hat. Heute hat man, bevor man mit einem Job beginnt, zehn Praktiker gemacht. Hat man zehn Praktiker gemacht. Der Praktikant ist schon Doktor, Magister. Also mir tut das fast ein bisschen leid für die, die jetzt nachkommen. Aber es ist eine andere Zeit und wir werden auch tolle Leute kommen. Sie haben davon gehört, der U-Boot-Mörder von Kopenhagen. Da hat ein Erfinder ein U-Boot gebaut, hat eine Journalistin mitgenommen, ist dann zu Tode gekommen, ist stückchenweise wieder aufgetaucht. Große, große, große Geschichte weltweit. Und unser Gast, der ein Österreich-Bild nicht über den gemacht hat, sondern über etwas anderes, hat ihn zufällig interviewt, diesen U-Boot-Typen Peter Matzen. Robert Stieblo ist bei uns zu Gast. Robert, als du von dem Mordverdacht gehört hast, was hast du dir gedacht? Ich habe mir gedacht, oje, er ist wirklich Baller, Baller, der Peter Matzen. Steckt ja schon im Namen, Trainer Matzen. Und mein Kameramann hat mir auch innerhalb von Minuten geschrieben, schau, er hat wirklich was Schlimmes gemacht, der böse Bube. Habt ihr euch gedacht, dass der Mensch ein bisschen anders ist als andere Menschen? Er war komplett anders. Also wer baut allein ein U-Boot, das 35 Meter lang ist? Und meine Geschichte ging ja um eine Rakete mit einer wirklichen Raumkapsel, die er mit anderen, aber eher als Chef konzipiert und tatsächlich gebaut hat. Und das Ding hätte auch in Atmosphäre fliegen sollen und er drinnen sitzen. Und in Kopenhagen sind das ganz berühmte Leute und ist das wie eine Bürgerbewegung. Und er war schon verrückt, aber noch im Bereich, wo man sagen würde, ein faszinierender, positiver, verrückter Erfinder. Aber dass er sich mit Menschen so ein bisschen schwer tut, hat man schon bemerkt. Und ich bin ja auch das erste Mal in der Situation, dass mich das japanische, amerikanische und französische Fernsehen und Agenturen anrufen, aber nicht um mir Aufträge zu geben, sondern weil ich zweimal bei Peter Matzen gedreht habe und in meiner zweiten Geschichte auch im Fernsehbeitrag einen kompletten Auszucker von Peter Matzen drinnen habe, so wie er so hysterisch herumschreit und mit Schrauben herumschießt. Warum? Und weil wir haben ihn interviewt und im Hintergrund hat irgendjemand ein Wort gesagt oder so, es hat ihn halt gestört. Und ja, normal sagt man bitte Ruhe. Peter Matzen ist halt ausgezuckt und hat da herumgebläht und herumgeschrien. Hast du dir da gedacht, in dem Moment, mit dem wäre ich nicht gern allein? Nein, das habe ich mir nicht gedacht. Das wäre jetzt übertrieben. Also, dass man jetzt von so einem impulsiven, schrägen Menschen darauf kommt, dass er mutmaßlich, müssen wir ja sagen, eine Journalistenkollegin umbringt und zerstückelt. Das ist schon noch ein weiter Weg. Ich denke mir, ich glaube, wir müssen als Verrückte auch die Verrückten da draußen im Schutz nehmen, nur weil jemand ein bisschen neben der Spur ist, dann jemanden umzubringen. Da kommt schon noch was dazu. Und ich denke mir, die meisten Morde werden von Menschen begangen, die nicht verrückt sind, unter Anführungszeichen. Ja, wahrscheinlich ist ein Mörder schon krank, also ein ganz normaler Mensch. Ich weiß es nicht, ja. Aber Peter Matzen war natürlich, der war wirklich neben der Spur. Ja, also in jeder Phase des Tagesablaufes. Wir haben mit ihm gedreht. Ich wurde nachher eigentlich darauf aufmerksam gemacht, dass mein Team und ich, dass wir auch in Lebensgefahr waren. Nämlich, dass er uns anders umbringt. Er hat einen Ballon, den er irgendwie als Baufolie zusammengeklebt hat, ja, mit Klebstoff, mit Wasserstoff gefüllt. Und das war ein riesiger Ballon, mit dem man hätte hochfliegen können, ja, als Experiment. Weil wenn die Rakete nicht funktioniert, hat er gesagt, kann er sich da immer noch an diesem Ballon hängen und ins Weltall fliegen. Ich meine, ist ja theoretisch auch richtig. Und wir haben alle diesen riesen Ballon in der Hand gehabt. Ich wurde zurück in Wien erst darauf aufmerksam gemacht, was passiert, wenn dieser Wasserstoff mit Sauerstoff in Verbindung kommt. Das hat man erlebt bei der Hindenburg, oder? Das hat man bei der Hindenburg erlebt. Und wir haben das in einer Halle gemacht und sind dann durch dieses riesige Scheunern dort dort raus. Da ist dieser Ballon oben am Spitzendach angetonnert. Und dann sind noch andere Menschen dazugekommen. Robert, wir müssen weiterreden. Wir müssen gleich reden über Verrückte. Weil wenn man außergewöhnliche Menschen porträtiert, trifft man dich. Wenn du Menschen triffst, die außergewöhnlich sind. Ich sage jetzt nicht einmal verrückt, weil es ist so ein flapsiger Begriff. Grundsätzlich, wie näherst du dich Menschen? Weil sie sollen ja dir Dinge erzählen. Man muss dir ihr Vertrauen gewinnen. Ja, natürlich, der Redakteur und Regisseur manipuliert. Er will ja beim Dreh und schon vorher, will er ja von Menschen etwas. Unsere Protagonisten bekommen ja keine Gage, so gut wie nie. Also er muss ihnen einmal irgendwie aufzeigen, was sie davon haben. In dem Fall ich, dass sie mit mir einen Drehtag oder eine Woche verbringen. Ja, also er muss einigermaßen unterhaltsam sein. Und dann ist dieser Dreh und dann muss man ihnen sozusagen als Dank auch noch Regieanweisungen geben. Und sie bitten, eine Frage dreimal zu beantworten, weil das Licht oder das Mikro nicht in Ordnung war. Okay, du kommst rein und du musst einmal höflich sein und freundlich nehmen. Ja, höflich ist schon nicht schlecht. Dann musst du irgendwie auch feststellen, wie dick der, oder? Braucht der viel Ansprache, muss ich dem wenig sagen, oder? Ja, man muss ein Gefühl haben, wie einer tickt. Und es geht von am Knopf drücken und er redet bis zu, mein Gott, ich muss ihm sein eigenes Leben erklären, damit er nur mehr nachsagt. Ja, also ich habe auch schon gehört von jemandem, der gesagt hat, so schön wie du, hat noch niemand mein Leben erzählt. Okay, und dann arbeitest du mit diesen Menschen und kriegst dafür nicht wirklich Applaus. Weil ein Schauspieler geht auf die Bühne und wird beklatscht. Ein Musiker geht auf die Bühne und wird beklatscht. Du arbeitest in einer Branche, wo sehr viele Menschen dein Produkt sehen, aber niemand klatscht nach der Ausstrahlung. Niemand klatscht. Warum machst du es? Ja, das ist schon wieder so eine gute Frage. Also für mich ist meine Arbeit wie ein Hobby. Ich mache diese Filmchen einfach irrsinnig gern und mich interessieren die Inhalte wirklich. Ja, ich will also wirklich wissen, wie der Herr Horvath, den Sie am Sonntag hoffentlich sehen, wie der dickt. Ja, er steht um vier Uhr früh auf und baut seine Nussknacker. Ja, ich versuche an einem Tag oder zwei Tagen zu erforschen, wieso macht er das? Warum geht er nicht fischen oder kann? Er könnte es sich vielleicht auch leisten, ein bisschen zu reisen mit seiner Frau. Er interessiert ihn nicht. Er will den Nussknacker. Das ist eine Besessenheit. Und da versuche ich an einem Tag ranzukommen, wieso jemand tickt und was die Motivation ist. Pfiffige Erfinder aus dem Burgenland ins Österreich-Bild. Heute ist er schon bei uns zu Gast. Robert Stieblow, Filmemacher aus Wien. Da fällt mir auf, weil ich gerade deinen Lebenslauf sehe, Robert. Du hast drei Vornamen. Robert W.K. Was heißt W.K.? Na gut, ich sage es, Walter Karl. Walter Karl. Wieso hast du drei Vornamen? Ich habe keine Ahnung. Das eine ist mein Vater, das andere ist mein Onkel. Ich nehme an, dass es schon damit zu tun hat. Und die haben alle drei Vornamen. Ja, das sind Menschen. Das bringe ich gar nicht zusammen, was da für Namen dabei sind. Stieblow ist ein böhmischer Name. Ja. Selten. Inwieweit haben dir deine Eltern so etwas wie Kreativität oder den Hang dazu mitgegeben? Oder kommt es aus einer Ecke, die du dir gar nicht erklären kannst? Ich glaube schon, dass sie mir das mitgegeben haben. Erstens haben sie, das muss ich ehrlich sagen, natürlich meine phasenweise leicht unproduktiven Studien unterstützt und ertragen. Und mein Vater ist kreativ auf einen anderen Bereich. Wie man halt mit Geld umgeht und Investitionen macht, brauchst du auch eine Kreativität. Mich hat das halt in der Form nicht interessiert. Und ich glaube, meine Mutter ist auch kreativ. Mein Vater hat sogar gefilmt, so als Schmalfilmer auch. Und auch nicht untalentiert. Also ich sage manchmal zu Kameraleuten, wenn mir irgendwas nicht passt, könnte mein alter Vater auch machen. Ohne Stativ. Wie bist du denn, wenn du quasi die Fährte aufgenommen hast? Da ist jemand interessanter, der gibt was her, vielleicht mehr als du dir erwartet hast. Wenn du da arbeitest mit Kameramann, mit der entsprechenden Person, bist du da sehr fokussiert im Sinne von in dich gekehrt? Oder bist du dann einer, der sehr aufgeregt ist? Bist du einer, der dann Freude verströmt oder Eifer? Aufgeregt bin ich nicht. Also da, ich glaube, ich ist nach fast 20 Jahren aufgeregt, wäre falsch. Eifrig ja, denn wir produzieren ja sechs, sieben, manchmal acht Minuten am Tag. Also ohne Eifrig geht nichts. Das klingt jetzt für manche wenig, ist aber viel. Es ist aber sehr viel, ja. Und ich bemühe mich sehr gut vorbereitet zu sein. Je älter ich werde, desto mehr bin ich vorbereitet und habe diese Informationen auch im Kopf abgespeichert und nicht auf einen Zettel. Also ich bemühe mich vor einem Menschen nicht irgendwie seine Informationen erst wo rauszulesen, sondern ihm das Gefühl zu geben, dass ich das tatsächlich weiß. und lustig ist es mit mir eigentlich, glaube ich, sowieso, sagen meine Kollegen. Sagen sie dir, ja. Sagen sie mir, ich kann es nicht so beurteilen, aber ich denke mir, ich mache ja diese Filmchen eigentlich auch zu meinem Spaß. Wie gesagt, ich sehe es ja auch irgendwo als Hobby, denn wenn man wirklich viel Geld verdienen wollte mit dem gleichen Aufwand an Reisen und Reden und sich den Kopf zerbrechen, dann wäre man irgendwo in der Finanzwirtschaft besser aufgehoben. Robert, wir haben es schon erwähnt, Erfinder werden gezeigt. Da ist einer dabei, ein 74-Jähriger, der sich am Finger wehgetan hat und aus lauter Kram darüber hat, er einen elektrischen Nussknacker gemacht oder einen Maturant aus Güssing, wenn ich das richtig verstanden habe, der Kräne erdacht hat. Aus Grafenschach. Aus Grafenschach, entschuldige. Das ist ganz woanders. Aber wie bist du auf die Leute gekommen und hast die Zeitung gelesen und hast herumtelefoniert? Was hat für dich die Geschichte zur Geschichte gemacht? Wenn jemand eine wirkliche Motivation hat und diese fünf Erfinder haben wirklich eine Motivation, dann ist schon einmal der Einstieg in die Geschichte. Also sie wollen positiv auffallen. Der etwas ältere Herr Horvath mit dem Nussknacker, er sagt es auch, es interessiert ihn nicht, einen Gartenzaun zu streichen oder so. Er will etwas erschaffen, was es noch nicht gab. Und für die zwei Jungen, die vorkommen hier, kommt natürlich dazu, dass der kleinere Bruder, den sehr mächtigen und intelligenten, größeren Bruder, mit auch einer Erfindung noch sozusagen, na schlagen ist ein großes Wort, aber toppen musste, um vor sich selbst und in der Familie zu bestehen. Also diese Motivationen sind schon einmal spannend. Auch die Vorhang-Erfinderin, die jahrzehntelang in ihrer Nähstube gesessen ist und ein Leben lang genäht hat, wollte halt auch mit einem Vorhang, wo sie den Namen geben darf und das ihr Patent ist, sind ja alles eingetragene Patente, die hier zu sehen sind im Österreich-Bild. Und sie wollte halt, es geht schon auch darum, ein bisschen die Welt zu verändern und dass etwas zurückbleibt, wenn man nicht mehr da ist, wo man sagt, ja, das hat die Helga halt erfunden, diesen Vorhang. Sehr schön, sehr spannend und sehr interessanter Zugang. Was wird denn von dir bleiben, wenn du nicht mehr da bist? Also der ORF hat die wichtigsten Fernsehbeiträge, die im Hause und zugekauft wurden, ja in der Mediathek nicht nur auf 14 Tage, sondern in alle Ewigkeit abgespeichert. Man kann sagen, digital bleibt hier sozusagen, wenn man den richtigen Suchbegriff eingibt, bleibt hier nach heutigem Ermessensstand, wird das sehr lange bleiben. Und nachdem ich also sieben, acht neunmal um die Welt geflogen bin und Wirtschaftsbeiträge und Kulturfilme gemacht habe, ist bisher von mir in der ewigen besten Liste des ORF ein Beitrag, der heißt Schwul ist cool. Du hast es vorhin gesagt, ich habe es wiederholt, du schaust Menschen quasi ins Leben. Wenn man in dein Leben schaut, was wäre da filmenswert, Robert? Mein Gott, du hast da Fragen. Ich habe geglaubt, ich schaue in andere Leben hinein. Ja, ich muss in deins schauen. Ich glaube, was mir gelungen ist für mich selbst, ist, dass das, wovon ich lebe, was mein Beruf ist, eigentlich ein Hobby ist und es wie ein Spaß ist, ins Burgenland zu kommen und diese Menschen kennenzulernen. Das heißt, Privat und Dienst verschwimmt einfach bei dir? Das verschwimmt total. Also natürlich nicht hundertprozentig. Ich kann jetzt nicht sagen, dass eine Schnittliste zu schreiben oder Musikliste zu schreiben, zu tippen, jetzt mein größter Spaß ist. Aber Work-Life-Balance, in dem Sinn hast du eine sehr spezielle? Habe ich eine, dass ich auf der Sonnenseite lebe. Wenn die Aufträge kommen und sie kommen, so nach der Reihe, habe ich eine gute Balance. Was wäre denn so, wenn ich eine Kameraeinstellung wählen würde, die dein Leben gut darstellt? Wobei würde ich dich filmen müssen? Am Computersitzen? Naja, am Computersitzen ist für mich auch nur ein Mittel zum Zweck. Das ist kein Bild meines Lebens. Was wäre eine typische Handbewegung? Ich stehe neben dem Kameramann und sage ihm ins Ohr, so wie ich gern hätte, dass das Bild ausschaut. Und ich stehe beim Interview vor dem Protagonisten und es rattert in meinem Kopf, was muss ich fragen, wie muss ich fragen, dass es sich vielleicht leichter tut. Dass die Geschichte schlüssig erzählt wird. Denn eine gute Geschichte zu haben, ist eine Sache. Sie halt in einigen Minuten schön zu erzählen, ist eine andere. Das sind sozusagen meine typischen Handbewegungen, wenn du so willst. Kopfbewegungen, Hirnbewegungen. Robert Stieblow ist bei uns zu Gast. Robert, bereit für die letzten Fragen? Kommt drauf an. Alles unvorbereitet hier. Aber natürlich. Ich bin? Filmemacher aus Leidenschaft und Menschenjäger. Ich träume oft von? Besseren Galschen beim ORF. Als Kind war ich? Als Kind war ich ein komischer Kotz. Ärgern kann man mich mit? Ganz schlechten Antworten beim Dreh dauert aber lang. Erotisch finde ich? Burlesk-Dänzerinnen. Ich bin ein ganz guter? Ganz guter Grillmeister. Ich bin stolz auf mich, weil? Ich bin nicht wirklich stolz auf mich. Ich bin selbstbewusst und ich mache ganz nette Filmchen. Stolz ist so eine Kategorie. Ich freue mich auf. Meine nächste Produktion, die sofort losgeht. Da wünsche ich dir viel Erfolg damit und wir sehen inzwischen das Österreich-Bild am Sonntag, 18.30 Uhr. ORF 2 Pfiffige Erfinder. Robert, vielen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Hat Spaß gemacht. Danke. Ciao. Mahlzeit Burgenland. Montag bis Freitag, 11 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at Vermark bis Freitag. Wenn es gewonnen ist, ist es sehr, sehr bö ehrlich ist. wird das Cloud 성공 mit dem Export nehmen zu 좋아. My Sachsen-481 Neuk bis Freitag, 12 Uhr auf und irgendeine Wahlderleising liegt. Wenn es nicht mehr so könnte, ist es ein Clara